willkommen zurück zu einer weiteren folge neo in 30 nicht flüssigen fps na gut es sind flüssige 30 fps aber leider keine 60 sein folgenden grund ist heute ein bisschen schneller alles konnte ja ich werde auch noch ein video dazu machen warum eigentlich alles immer jetzt so spät kommt und ich gar keine zeit mehr wirklich habe kommt alles noch wir gehen jetzt erst mal zur nächsten region reisen mit dem schiff die nebenmission da unten die machen war in den nächsten folgen dann irgendwann ich komme auf jeden fall darauf zurück kann beidrungen oder seien jrte hallo ist das was ich war aus der karte ist die märz und die man das ist nur die märz und 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 die märz Okay, kann es sein, dass das Spiel lauter geworden ist? Irgendwie? Irgendwie sah das jetzt auf der Egato alles so laut aus. Naja gut, ist ja da nicht so schlimm, wenn das mal jetzt ein bisschen lauter ist. Ich halte jetzt mal eine Fresse. Genieß die Cutscene. Ich tue es auch. Ich tue die Cutscene. Die PS4 ist natürlich auch mal wieder mit dabei. Sehr, sehr leise. Alter, ist das ein großes Vieh. Um was wette ich, dass wir damit noch kämpfen müssen? Was hat nicht so viele ist es sehr leiser. Ich habe sieh. Wie haben sie sich unterwegs mit meinem Vorhang? Was hat nicht so viele andere? Das hat nicht so viele Jahre. Ich werde auch ein Nachts. Das ist eine Ereinigung fürины der Musik und der Familie der Hiray-Oka-Yori Katsen. Ich werde nicht so viele andere gefehlern, Alles klar. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ah ja, genau, ich will die Kopfbedeckung unbedingt noch ausmachen. Für die Cutscenes. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, das ist gut. Der wird doch bestimmt noch unser Feind, oder? Ich hoffe, das war wahrscheinlich ein Löwe. Also, sah jetzt zwar nicht original aus wie ein Löwe, aber ich denke mal, es soll einer gewesen sein. Ich will ihn haben. Und ich glaube, man kriegt den auch. Ich weiß das natürlich alles nicht. Ab hier ist es quasi, glaube ich, sogar schon blind. Und die Silbermine bebt. Ne, ich glaube, das habe ich tatsächlich noch gemacht damals. Die Hauptmission. Aber dann auch nichts mehr. Der Hüter der Unterwelt kenne ich nicht. Also, ich habe nicht wirklich viel mehr dann gemacht. Also, es ist bald blind. Komplett. Das ist doch schon mal was Schönes. Ähm. Ach, guck mal, wir können die Landkarte sogar uns ansehen. Oh, schick. Oh. Also, da unten die kleine Insel. Direkt unter Shogoku wird wahrscheinlich noch eine sein. Dann da weiter. Also, ich bin ja mal, es gibt noch so fünf Regionen. Mit den zwei zusammen. Also, insgesamt sieben. Ich weiß ja nicht, was dann mit den DLCs noch auf uns zukommt. Die werde ich aber dann wahrscheinlich ein bisschen später machen erst. So, die Silbermine bebt. Machen wir doch mal direkt. Ja, das kenne ich doch, das Level. Wie schön, dass du da bist. Ich bin Kikawa Hiroi. Äh, Hiroi, ja doch. Fürst der Provinz Itsumo. Leider kann der Anführer des Mori-Clans nicht hier sein, aber ich werde an seiner Stadt anhören. An seiner Stadt anhören. Ah ja. Was du zu sagen hast. Äh, ich muss kurz geändert. Hm. Boah. Oh Mann. Unsere Silbermine in Iwami-Ginsan wird von Dämonen und Monstern heimgesucht, sodass wir dort nicht weiter abbauen können. Silber ist eine wertvolle Ressource für den Mori-Clan, daher ist dieser Zustand für uns untragbar. Zu anscheinend, wie ich hörte, bist du äußerst versiert in der Vertreibung von Dämonen. Kann ich dich bitte den, bitten, den Mori-Clan in dieser Angelegenheit zu unterstützen? Jawohl. Und das Problem an dieser neuen Region ist, wir haben keinerlei, äh, Kodama, Kodama, naja. Das heißt, wir müssen die wieder neu sammeln. Iwami-Ginsan ist die größte Silbermine in ganz Japan. Ihr Silber erzielt aufgrund seiner Hunkqualität hervorragende Preise, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Grenzen. Durch diesen Reichtum ist die Mine jedoch auch ein begehrtes Zeh anderer Kriegsherren und die Position von Eingang, Ausgang und inneren Kammern wird streng geheim gehalten. Mit der Zeit, in der Mori-Clan hat der Mori-Clan seine Anstrengungen versteckt und sich immer tiefer an die Schuze... Ah! Berg ist hineingegraben. So. Wollten wir jetzt nur die Ladezeit ein bisschen überbrücken. Okay. Let's go. Neues Story-Level, das heißt auch neuer Boss. Ich hoffe mal, dass das Spiel jetzt nicht wirklich... Ach, das war das Level. Ah, ja. Das mag ich ja so gar nicht. Kann ich jetzt schon mal sagen. So, ich möchte mal ganz kurz Fähigkeiten erlernen mit unserem Katana. In der Scheide steckt, okay. Ki plus 5. Ja, why not? Ähm, hm. Mehr können wir nicht? Was? Okay. Äh, was haben wir noch? Wir haben noch den Speer, aber die... Die Kusarigama können wir bestimmt auch noch skillen, oder? Ne, können wir nicht. Okay. Den Speer aber. Auch nicht. Was ist denn los? Ach, wir haben ja nur noch einen Punkt. What? Warte mal, wie viel hat denn das gekostet? Ist es das hier gewesen? Das hatte 2 gekostet. Ne, das hier war es. Das hat also 3 gekostet und ich hatte 6. Wollte ich denn jetzt nur noch einen Punkt? Wo ist die Logik? Ähm. Du kannst 5 Sturmkuner bereithalten. Stürme werden speziell so gefertigt, dass mehrere auf einmal geworfen werden können. Äh, was ist das hier? Gallnussbrühe. Giftdif... Äh, vergiftet. Okay, also eine Giftwolke quasi. Und Giftschuriken. Das ist doch auch sexy. Das ist Lähmungseffekt. Das ist das Pulver und das sind die Lähmungsschuriken. Was macht denn das? Du hättest 4 Makibishi bereit. Makibishi werden auf dem Boden verstreut und Verfolger durch Fußverletz... Ah. Okay. Ne, lass ich jetzt erstmal so. Wir haben hier noch ein paar Sachen. Schwäche Talismana. Lebenssiegel. Bei Benutzung wird die Kirin-Rationswildes gegen das Geschwächt. Verleiht dein Projektilien. Projektilien bei Benutzung die Macht des Feuers. Oh, das heißt, ich kann Pfeile und Brand... Ah, das ist ja cool. Das ist ja nice. Projektile mit Wasser. Ja, why not? Immer her damit. So, jetzt möchte ich aber auch mal ein bisschen wieder was umrüsten hier. So, wir haben jetzt hier Gift-Juriken. Die will ich natürlich benutzen. Wie viel kosten die? Die kosten 8 und ich hab grad mal 7. Äh, das ist dumm. Das ist dumm. Gut. Scheiße. Wusste ich nicht. Warte mal, das können wir auch noch wegmachen. Doch, jetzt können wir... Ah. Gift-Juriken. Nice. Das nehmen wir mal alles hier jetzt weg. So, ach, das ist die... Ah. Ich verstehe. Binden. Wo möchte ich das handhaben? Steine können weg. Ähm. Das möchte ich auch irgendwo binden. Hier. Am besten hier. Warte mal, jetzt ist ja... Moment. Jetzt ist ja das hier auch nochmal da. Naja, gut, da hab ich das halt zweimal. Ist ja auch nicht so schlimm. Oh. Das ist da natürlich die perfekte Mischung, die ich hier habe. Gut. Ähm. Das Ding hier. Ist für euch entscheidend, für die Beluftung zu sorgen. Ja. Es gibt solche Dinger, die, ähm... Muss man anhaben, weil hier... Ja, richtig. Hier ist nämlich überall giftiger Nebel. Hier müssen wir irgendwie loswerden. So, schnell mal hier weg. Ich sammle das alles, aber ich will erst mal... Ah, da ist ja die Maschine. So, komm. So, jetzt wird der ganze... Der ganze Gift... Das ganze Gift eingesaugt. Irgendwas... Irgendwas schießt doch bei uns. Die Dinger müssen wir auch zum Glück nicht wieder ankurbeln. Also einmal reicht komplett. Der Boss, den es hier gibt, der war für mich relativ... Oh, guck mal da. Okay, kein Wunder, was hier mal so Gift macht. Also diese Belüftungsmaschinen sorgen dafür. Jetzt ist sie zum Beispiel doch wieder aus. Ja. Okay, gut. Dann war das so. Dann war das tatsächlich so, wie ich das mir gedacht habe. Dass es hier doch einen Stein gibt, den man kaputt machen muss, damit man hier kein Gift mehr hat. So, jetzt kommt ein richtig... Das weiß ich noch. Ein richtig assiger Kodama. Wir werden uns jetzt mal schnappen. Oh. Nee, nee, wir lassen das mal. Ist das hier? Okay. Oh. Komm her. Zack. Da kann man wenigstens mal nicht sagen, ich hab nicht... Oh, Nia Tonfa. Oh, wir haben neue Tonfa bekommen. Okay. Man kann wenigstens jetzt nicht sagen, dass ich nicht versuche, äh, auch mal ein paar Jutsus zu machen. Äh, was? Ah, da. So, jetzt schon mal ein Krammer. Aber das ist nicht den, den ich meine. Und zwar hier. Ich muss dann irgendwie runterfallen. Ja, so nämlich. Genau. Ah, hier ist nämlich so eine Quelle. Und hier ist noch ein Kodama. Aber wir kommen da nicht mehr raus. Wow. Also nach dieser, äh, Hauptmission ist dann aber auch wirklich Schluss. Dann, ähm... Weiß ich wirklich gar nichts mehr. Und ich glaub, das ist auch ganz gut so. Also ich hab hier doch schon relativ viel gespielt vorher. Aber noch nicht, äh, noch bei weitem nicht genug, glaub ich. Ich glaub, das Spiel ist echt verdammt lang. Und ich freu mich schon wirklich noch weiterhin drauf. Egal wie die Viewszahlen, äh, runtergehen. Ich werd das durchziehen. So. Jetzt frag ich mich nur, wo wir lang gehen. Oben oder unten? Ich würd mir sagen, oben. Weil es gibt zwei Wege zum nächsten Raum. Oh! Okay, da hab ich mich ein bisschen jetzt gewundert. Wie gesagt, ich hoffe einfach mal nicht, dass das Spiel jetzt zu laut ist. Ich möchte ehrlich gesagt nicht schreien. So, hier können wir das wieder aktivieren. Aber dafür müssen wir erst mal sehen, wo das Ding ist. Da hinten ist es. Okay, aktivieren wir das mal. Spring runter und machen das Ding kaputt. So läuft das. Manchmal gibt's auch mehrere. Also. Okay, Leute. Ich glaub, es wird mal Zeit, mit einer anderen Waffe zu spielen. Einfach mal was können. Einfach, um auch mal andere Sachen hier zu sehen. Ist doch gar nicht so schwach, das Ding. Der Speer ist echt gar nicht mal so scheiße. Okay. Okay. Okay, hab nur mal grad geguckt. Was es hier so alles an Möglichkeiten gibt. Hä? Moment. Warum ist die jetzt hier schon wieder ein Schrein? Ach so. Ah. Ah, ich verstehe. Okay. Wusste ich jetzt grad gar nicht mehr. Das stürzt doch ein. Das sieht man doch. Okay. Das Ding ist doch schon ganz schön krass. Also. Ich kann auch übrigens die ganzen Texte und nicht immer lesen, ja. Also wenn ich da jetzt mal nichts lese, ist das hoffentlich nicht schlimm. Geht da schon recht gut ab hier. Gehe ich gerade jetzt den richtigen Weg weiter, oder? Ah, hier ist der andere. No. Okay, cool. Cool, cool. Kayakudama. Ah, ha. Ah, loih. Okay, hier ist auf jeden Fall schon mal ein Shortcut. Moment. Okay. Oh, wir haben ja wieder acht Elixierer. Das ist nice. Das ist doch mal schön. Da unten geht's nicht weiter. Das heißt, es muss irgendwo oben weitergehen. Okay, keine Ahnung, warum ich jetzt runtergefallen bin. Und vor allem, wie ich runtergefallen bin. Oh, ich sah auch noch was. Geistersteine sind immer gut. Wir können eigentlich schon wieder zwei Level-Ups fast machen, ey. Ich könnte jetzt natürlich versuchen, aber ich hab Angst, dass diese Steine wieder spawnen. Diese Giftsteine. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass die nicht spawnen, weil die ja gar keine richtigen Gegner sind. Warte mal, vielleicht... Ah, vielleicht geht's ja hier weiter. Ah ja, hier geht's weiter. Okay, verstehe. Gut. Alter. Okay, gegen den will ich dann schon nochmal kämpfen, glaube ich. Jetzt hab ich dich nicht gesehen. Er ist ein Schwanz. So, wo ist der Stein? Ja, wahrscheinlich hier direkt unter mir oder so. Immer schön gucken, ob es hier auch einen Abwärts-Tritt gibt. Ach, guck mal. Noch so eine Beschwörer-Kerze. Okay, ich trau mich jetzt mal hier runter. Oh, so ein Feuerrad. Alles klar. Wow, 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 wow. Wuhh, okay. Haben wir sogar unser Elixier wiederbekommen. Wo ist jetzt dieser scheiß Stein? Da unten ist so ein... Ah, da ist er. Gut. Den machen wir natürlich als erstes platt. Oh, hab ich den denn jetzt nicht getroffen. So. Alles eigentlich hier gar kein Problem. Ich mag das Amorei-Schwert einfach am meisten irgendwie. Kusaregama kommt danach und bisher halt noch der Speer, aber... Vielleicht sind die Tonnen fast ja noch ganz cool, aber wie gesagt... Vielleicht mache ich irgendwann, wenn ich das durchgespielt habe, mal so einen kleinen Livestream oder so. Also einen kleinen, vielleicht auch mal einen etwas längeren Livestream. Wo ich ein bisschen farme und so. Aber das dauert, glaube ich, noch eine ganze Weile. Gegengift gibt es ja auch recht häufig. Ich wusste, dass hier noch einer war. Das wusste ich sogar wirklich. Und hier braucht man nämlich einen Schlüssel. Ja. Genau. So. Ja, ich dachte, da hinten wäre einer. So ein kleiner Kudama nochmal. Ich glaube, der hier hatte den Schlüssel. Ja. Ich bin William, ich kann nichts anderes, als er machen. Obwohl er eigentlich reden kann. Neul. Ist voll durch den Stein geflogen. Ist das hier der Shortcut? Ja, ist es. Okay. Dann sind wir jetzt auch durch mit dem Teil hier. Oh, das ist ja perfekt. Oh, das ist ja perfekt. Okay, das benutze ich erst gleich. Oh, ich kann es eigentlich jetzt schon mal benutzen, um mich zu leveln. Weil die Folge ist nämlich gleich vorbei. Schon wieder. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir erst den Boss sehen. Auch wenn er nicht mehr so weit weg ist. Ähm, da. So, wir müssen noch mehr, äh, noch mehr Dings machen. Noch mehr Gewichtsverlust jetzt hier. Oh, ich darf es endlich tragen, ey. Leute, endlich. Jetzt haben wir, wie viele Teile? Oh. Fünf Stück schon. Nahkampfangriff. Feind elektrisiert. Oh, nice. Ja, ist doch, ist doch schön. Neun Medizinbehälter. Nehme ich einfach mal. Was haben wir hier neu? Windamulett. Das kennen wir als Feueramulett. Yokai Räucherwerk. Lockt Yokai an. Normalerweise reinigt die Luft, doch dieses wurde aus einem Baum hergestellt, der alt genug war, um selbst zum Yokai zu werden. What? Daher hat es die umgekehrte Wirkung, lässt Yokai zu dir kommen. Abgefahren irgendwie. Shigedo Langbogen. Hört sich, äh, stark an. Oh ja, leck mich am Arsch. Nehme ich sofort. Ah, hier haben wir auch nochmal so ein... Ja, ist aber alles schwächer. Auf jeden Fall. Obwohl der Speer, der... Da gibt es doch bestimmt schon bessere Speere, oder? Der ist besser. Aber nur um zwei. Und dafür hat der andere viel zu viel, äh, Sachen hier. Ne, das lasse ich mal lieber. Gut, Leute. Weil die Folge gleich vorbei ist, würde ich mal sagen. Ähm. Ach du heilige Scheiße, Mann. Das hat der alle... Da war gerade eben wieder der Ton weg. Ey, ich hasse das. Warum ist das so? Warum spinnt die Elgato manchmal so krass? Ich verstehe es nicht. Gut, ne, ich lasse es jetzt mal mit ihm lesen, weil das ist... Das ist ja... Jedes Teil der anderen Texte. Das ist ja viel zu viel. Hat denn auch jeder Medizinbild einen anderen Text? Naja, nicht ganz, aber... Irgendwo schon. Gut, ne, dann lassen wir das. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge morgen zu, äh... Nio, ich versuche das Problem mit der Elgato irgendwie zu fixen. Ich kann aber nicht versprechen, dass ich das schaffe. Also, bis morgen. Und tschüss. Moment. Eine Sache noch. Ähm... Kann ich das hier irgendwie machen? Äh... Wip, 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 wip. Kopfbedeckung anzeigen. Ich will das in, äh... Ach Mann, ich will das nur in Dings nicht sehen. Okay, das gucke ich mir dann mal selber an. Also, bis morgen.